... Musik ... ... Ost-Vision ... ... kann nur einmal während eines Kampfes eingesetzt werden. Ja, Gebet. Da kommt Mitglieder heilt werden. Okay. Also Heilung hat sie. Gewitter hab ich noch einmal. Gut. Hammer. Ja, jetzt werde ich nur schnell erkannt, ne? Und hat mich ja gesehen. Oh. Ich bin bereit. Genug. Jetzt guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Es muss also sein. Volle Konzentration. Biegelschlor, okay. Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Ach, sie nutzt ja keine Magie. Stimmt. Dann muss ich umfrickeln. So, hat er jetzt irgendwie auch einen Zauber? So ein Heilungszauber, ne? Marialia, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie geht's? Das Gewitter. Ach, da durch. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal. Sei ruhig. Nicht so laut. Ganz schön, was ist los? Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Hey, Klaus, warte doch. Ich glaube, die suchen mich. Ich glaube, die suchen mich. Guter Auftritt muss ja sein, ne? Alles gut, soweit Koala uns selber. Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir? Oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Mit geheimer Spezialdose. Ordentlich zu kommen. Ordentlich zu kommen. Da kommt also Platz genug. Es ist eine Geschmackserfahrung. Jenseitsmüller. Das ist eine von Shinras Müllhagen. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumber... Oh. Xai, vielen lieben Dank für deinen Sub. Und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie geht's, Xai? Ach, das war er noch. Nachzügler hier. Ah, jetzt hätte ich eine Analyse drin haben müssen, ne? Geil. Ey! Hm. Geht doch. Hier lang. Warte. Erst nachgucken hier. Xai, über deinen Tag? Wie geht's dir? Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herumlaufen können. Na dann? Hab ich eh lang gelaufen. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Oh, es klappt! Oh! Oh! Wo kommt die denn her? Wo kommt die denn her? Halt, stopp, warte mal. Wo ist denn unser Ziel? Dann führt das nicht zum Ziel. Vielleicht finden wir hier was. Oder vielleicht... Na, vielleicht gehen auch beide Wege zum Ziel. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt auch zurücklaufen, den anderen Weg nochmal ablaufen, aber komm, steht drauf. Sieh mal, das ist das Zentrum der Slums. Wo denn? Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger hab ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir fördert wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also, keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Da muss ich mal beeilen, ne? Boah, hier steht ein Panzer. Oh, der ist schon mal. Schaden gemacht. Kisten. Nee, ne? Gar nix. Kein Dude. Plötzlich hab ich Hunger. Steckt an, ne? Oh, guck mal, alte Kampfmechs hier. So, ich geh da erst mal rumgucken. Da kann man drum liegen. Oder auch nicht. Kann man bestimmt irgendwann mal noch mal hin. Koala, wieder in deinem Abend. Es bewegt sich. Ja, aber nicht mehr lange. Mein Einsatz. Neuer Versuch. Jetzt. Meine Konzentration. Palacke. Abschau. Keine Komm. Genug. Gehen auch auseinandergenommen. Ey, hör mal. Ich werde vielleicht explodieren. Kommst du nicht dran? Klappt nicht, wie? Jetzt fange ich hier rum. Nee. Passiert nix. Was? Was soll ich hier machen? Kann ich jetzt irgendwie nach vorne drehen? Genau in die andere Richtung. Ach, ich muss die Box erst mal da hinschieben. Ah, sehr gut. Guck mal, der Kleid wird da direkt essen müssen. Er hat dann noch mehr Hunger. Nochmal. Nochmal? Genau. Von da aus sollte es klappen. Was, wenn ich da direkt aufmache? Geht bestimmt nicht, ne? Alles in keinem guten Zustand hier. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Ob man dort oben irgendwie durchkommt? Und mit Mann meine ich dich klaut. Kurz mal, jedenfalls wir gleich wieder einen Angriff hier kriegen. Oh, er hört sich ja gut an, Koala. Was wäre gewesen, wenn die Tür sich nicht geöffnet hätte? Wäre der Plan nicht aufgegangen. Na also, wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Hm? Meine Gesellschaft ist ja wohl lohnengenüßt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.